Für die WP ist Kultur natürlich ganz, ganz wichtig. Wir bringen Menschen zur Kultur. Ich bin stolz darauf, heute den Glöcklwagen für die Kulturhauptstadt 2024 zum Einläuten zu bringen. Und mit diesem tollen Projekt wird das Kulturjahr 2024 Salzkammergut Bad Istl gestartet und wir sind ein Teil davon. Das Glöcklwagenprojekt ist vor zwei Jahren bei uns entstanden. Für uns ist es zentral, dass die Lehrlinge auch die Chance haben, bei all unseren Aktivitäten mit eingebunden zu sein, damit sie die ÖBB auch wirklich spüren in all ihren Facetten und was das Unternehmen Großartiges kann und sie können einen Beitrag dazu leisten. Ja, ich bin auf jeden Fall stolz darauf, wenn ich das jetzt gerade sehe, dass es alles fertig ist und super funktioniert und viele Leute sich das anschauen. Wir sind stolz darauf, dass wir in dieser großen ÖBB-Familie alle zusammengeholfen haben. Nur gemeinsam haben wir dieses Projekt auch umsetzen können. Zuallererst möchte ich Ihnen danken, weil das ist eine ganz großartige Arbeit, die Sie da gemacht haben. Kreativ, innovativ und mit viel Passion und Herzblut. Was ich mitgeben möchte, bleibt bei uns. Tolles Unternehmen, ein Unternehmen mit Zukunft. Und jetzt fahren wir mit dem Zug von Linz nach Steiner Hirtnig. Und jetzt fahren wir mit dem Zug von Linz nach Steiner Hirtnig. Und jetzt fahren wir mit dem Zug von Linz nach Steiner Hirtnig. Und jetzt fahren wir mit dem Zug von Linz nach Steiner Hirtnig. Ich lesehilfe nach Steiner Hirtnig.